Ja, 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 ich muss mich ja dann immer wieder für eine Aktion oder für ein Bild entscheiden. Das will jetzt hier darauf, wo dann auch wieder was dann gewesen ist, dass bei vielen Krankenhäusern dann, ja, guckt es euch dann selbst an. Das ist jetzt auch Quatsch, wenn ich das jetzt hier wieder ewig erkläre, dass da diese satanistischen Quälereien einfach weitergehen. Deswegen, dass an der satanistischen Agenda weiter Bestand gehalten wird, dass man uns hier ja eigentlich auch nur komplett zur Sau machen möchte. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Odyssey, Rumble oder Bitchute, aber nicht nur darum geht es. Ich wisst ja, so ein Film mit einer knappen Stunde, da gibt es dann natürlich noch mehr Beiträge. Das gelangt zu eurer Lieblingsplattform. Ich empfehle dann tatsächlich, wenn es dann mal hochgeladen worden ist, Bitchute ist tatsächlich der, immer wieder so ein bisschen, so ein Störfaktor oder so und so. Wo man da nicht weiß und dann lädt es nicht und dann lädt es nicht und dann lädt es nicht. Aber irgendwann kriege ich es ja doch nochmal hoch. Aber da müsst ihr euch zumindest natürlich anmelden. Ich glaube aber auch nicht bei VK, ja bei Odyssey und Rumble eben nicht. Da geht es auch einfach zu schauen. Tja, dann freue ich mich gleich wieder, euch hier begrüßen zu dürfen. Also im Hauptfilmchen und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.